viele einzelne gegner immer schwer zu bekämpfen und schön zu bekämpfen weil man sich immer noch ein fokussieren kann und nur auf den schaden macht und das dementsprechend länger dauert anderen straßenseite oder was sagte er oder andere stadt oh yeah ich nice and here we go again my schöner in den rücken reingeht knürt hat dinger sind aber auch so schwach wenn man die erstmal raus hat wenn man sie hat aus dem rücken machen sie ja gar nichts mehr ich finde die musik so gut in toystory doch einfach auch lassen die jungs also ist ja eigentlich die frage ob die menschen die jetzt aussehen herzlosen auch eigentlich komisch dass im ersten teil gar nicht heutzutage am start waren und gegen den markt man jetzt und von der zeit her müsste das ja passen weiß noch nicht mehr wann der erste teil raus kam aber jetzt schätzen müsste 2006 aber der toystory auch schon am start der save früher kam in den markt aus 2002 oder nicht borsche ich mal noch mal irgendwann habt ihr gesehen die dings gelaufen ist hier wo die 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 gelaufen ist jetzt kommt wieder ein spieler naja safe kommt einer kommen we're here hey what is that toy move i guess it has not figured it out figured what out Ich kann es für dich machen. Ich mag den nicht. Wir haben euch schon komplett ausgelöst, die Organisation. Und jetzt glaubt ihr, dass wir die normale Herzlose drauf gehen, oder was? Wir haben doch keine Chance gegen uns. Haben wir Specky gerade noch mal so gerettet, ne? Die Schäden füllen die Leidenschaft von einem anderen. Sie sehen, wie sie ihn in der Leben bringen? Wie Heartless und Nobodies, sie zusammenhängen. Enough! Warum machst du das? Es gibt eine Schmerz, die wir missen und müssen zurückzunehmen. Die Art die Herz connecten in dieser Welt kann uns mit einer Klühe. So we made a copy of the world, and then pulled those hearts apart. I wonder how you'll handle the strain. Wait! What does that mean? Don't let me down. What is going on here? I think we've got our answer. Die Ficker sind mal nicht gar nicht so leicht gewesen. Wow, da seh ich mich in den Ding. Wie geht die Steuerung? L zu bewegen und so. R2 um zu feuern. Ist die vollständige erschöpft, punktiert ihr Gast nicht mehr. Sora wird aus dem Cockpit geschleudert. Hältst du 3, äh Kreis gedrückt, wird Gigaschub aktiviert. Was Energie kostet, dich aber in der Luft hält. Leiste regeneriert sich mit der Zeit. Drück die angezeigte Taste, um verschiedene Aktionen auszuführen. Okay. Sobald du einen Gigas in den Spielzeugladen Galaxy Toys liegt hast, kannst du einsteigen, indem du 3 drückst. Es gibt 3 verschiedene Gigas mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Probier sie alle aus. Aber der kann wohl nur nach, kann wohl gefühlt. Jetzt nicht nur weg hier. Kleine Dinger hier mal weg machen. Können wir nicht auch noch, achso wir können auch schlagen, ja. Wir können noch einen Sprint machen. Vielleicht kann die auch so besiegen, oder nicht. Wie viel Gigas haben wir denn noch? Wo fehlt nochmal die Anzeige dafür? Bomben, wir können auch Bomben werfen, was sind Bomben. Die Bomben geht wohl nicht immer. Achso ja, der ist weg. Oh, was macht der, der Pinke denn hier? Oh, jetzt ist unser aber gleich weg auch. Aber hat er auch ganz gute Arbeit geleistet, das muss man schon sagen. Fing wir den da hinten noch weg, das wird auch noch geil. Wenn wir den da schaffen. Ja, haben wir noch geschafft. Wir pinken, mal gucken. Ich empfinde, wo ich nämlich gerne mal rein. Ich glaube, das war das nicht stark. Jo, haben wir auch noch geschafft. Haben wir doch alle hier oder was? Wo sind noch welche? Äh, ich dachte, der ist weg. Haben wir die doch alle. Wie kann man hier aussteigen? Kann man hier aussteigen? Haben wir es geschafft, oder sind wir draufgegangen? Ja, wir haben es geschafft, okay. Das war's. Er wurde kontroliert? Er war nicht nur in der Battlemode durch accidente? Buzz? Es ist nichts. Ich bin confused. Das Mann in der Black Coat, hat er gesagt, dass er eine Kopie von der realen Welt gemacht hat? Was bedeutet das? Es ist wahrscheinlich bedeutet, dass sie diese Welt in zwei verletzten. Deine Freunde in einer Welt, uns in der anderen. Nur eine der Welt ist reale, und die andere ist einfach wirklich überzeugend. Du kannst nicht wirklich ernst sein. Oh, das ist richtig. Du bist aus einem Video-Game. Vielleicht in deinem Spiel, das ist wie Dinge funktionieren. Aber hier in der Realität, du kannst du die Welt verletzten. Das ist schrecklich. Hey. Woody, lass uns gehen. Ich versuchze, es scheint ein wenig weit entfernt. Aber sagen wir, dass wir nach einer Art Alternative genommen haben. Das würde erklären, warum deine Laser ist real. Und ist es wirklich so verrückt? Wörter als Ereignisse und Schutz der Galaxie? Wörter als Ereignisse? Wörter als Ereignisse? Wörter als Ereignisse. Aber das bedeutet, dass diese Menschen in der Delüge sind. Und ich sage, es ist Zeit, dass wir nachdenken, und nach Hause sind. Aber wir waren Freunde, nicht Freunde. Und ich sage, es ist nicht so verrückt. Aber wir wissen, dass etwas falsch ist mit diesem Ort. Wir sollten uns zusammenhängen. Sora ist richtig. Sie haben mit den Intrudern geholfen. Also können sie helfen finden, unsere Freunde zu finden. Sie haben dort dort für uns so weit. Du kannst das nicht verletzen. Immer wenn, äh, gerade ein Video abgespielt wird, ne? Immer. Aber nur damit wir klar sind, bleibe ich skeptisch über das. Ich arbeite mit dir, bis wir unsere Freunde finden. Okay. Thanks for the help, Sora, Donald, Goofy. My troops will return to the field, sir! This ascent is gonna be rather tricky. Too bad we're not strapped to a rocket, huh? Hey, think we could use that? Oh. It's perfect. Come on, guys. Müssen wir den so doll drehen, eigentlich? Weiß ich gar nicht. Na ja, sehen wir. Hey, this looks like a way, him. Geht nach drinnen, okay. Aber nicht, dass uns jetzt hier so ein Kogumi runterrollt oder so ein Scheiß oder so ein Ball hier. Hallo. Können wir hier mal hoch oder was? Schöne Karte, nutze ich's ja nicht, aber haben wir jetzt. Juhu. Hm, mit drei Schienen. Ja, und welche sollen wir jetzt nehmen? Na, nehmen wir die Z. Z steht nämlich für Zoom. Wofür Zoom steht? Weiß ich nicht. Hab's mir nicht ausgedacht. Shit, ist halt einfach so. Wofür Zoom steht? aber dieses fettelvieh zu erledigen ohne in den roboter zu sein ist schon recht schwer und schon macht es schnell weg bevor er hier ankommt ja kommt mir natürlich an was war das für angriff das ist ein peckl ist ja mega nice gehen wir mal hier rein mal gucken was hier so los ist und wieder ein einspieler sympathisch kurz auf klug kommt gleich wieder woher'd he go you sure you saw him yes he just do you guys hear something hmm what's that something feels wrong another toys being controlled buzz you sure if it wanted to play nice and it should have stayed away from my friends warum geht hier gleich der kampf los ich dachte hier kommt so entspannter einspieler dann kurz auf flug ganz entspannt bombardiert was sollen jetzt machen wir sachen ok war machen den aber gut fertig dafür dass wir den helft jetzt kann es wahrscheinlich gar nicht da war sind nicht nur stark die vier hier gehen auf jeden fall klar wie auch was oder was haben wir den einstieg weg ja hier haben wir den einstieg weg oh danke bei slide hier seit jetzt mein bester kumpel glaube ich wir müssen mehr von hinten angreifen eigentlich jetzt hat er auch komplett verloren einfach ich weiß nicht wie wir jetzt besiegt haben aber wir haben ihn besiegt ich kann verbessern würde ich woher rechts macht es was ist woher rechts was great great really would you say i was impressive very impressive rex we couldn't look away hooray oh that makes me so happy were you watching too did you see what i did do you know where the others were taken what do you mean what do you mean did something bad happen back to square one oh great oh great huh sarge have you got a status report so what i'm out of my men just located ham forward of our position and babies and tablers Ja. 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 ��ав sitcom. St Agrocalyptic shifted. Actually, I think I'll head back and wait by the entrance. I'm sure those vents are gonna be much too narrow for my big dinosaur tail. Really? I'm sure you'd fit. Rex's right. Besides, we need a look out at the entrance. It's an important mission. Can you do it? Ok durchquere die Lüftungsschächte oberhalb des Geals für Beats & Bugs und erreicht die Puppen-Abteilung alles klärchen sind die Lüftungsschächte also jetzt ehrlich wo sind die? ach da ist einer ok da ist er doch äh untere Lüftungsschächte äh kann man hier durch juhu vor allem das Ding in so einem kleinen Areal ist so scheiße eigentlich ich habe auch nicht mehr so viel Life eigentlich oh naja ich muss mich ändern wie lange ich überleben die Dinger denn die haben gar nichts zerstört jetzt aber oh okay jetzt Level abgestiegen ok nice äh ich will mir meine Fertigkeiten jetzt angucken er ist natürlich jetzt die Frage was ist denn unsere ach da wir haben 53 Punkte insgesamt also wir können ordentlich was eigentlich reinpacken die mit den ausgewählten die haben wir ja wahrscheinlich schon ne oder haben wir die ach ne jetzt haben wir den ok steh auf Mädchen will ich auf jeden Fall haben die Feuer versägt äh versägt mit zusammen mit Dona Gegner mit Flammen aha greifen mit einem dreifach Schlagserie an stehe ich mich Sonswirbel rechte zusammen mit Goofy beherren den Schaden bei Gegnern in der Nähe an nö wir haben da eigentlich gerade ganz gute Angriffe noch 0 EP ein tollkühler Abenteurer die keine Stufenaufstieg Aufstiege nötig haben aha MP Block unterbitte dass sich deine MP aufladen sobald sie aufgebraucht sind all Magie und Pro-Kommandos lösen die Aufladung dennoch aus ok Combo Plus füge deinen Kombos am Boden einen zusätzlichen Angriff hinzu die Fertigkeiten kann aufgestapelt werden und nach weiteren Combo-Angriffen hinzu ne lieber Kluft-Kombo Auto Finale löst automatisch das Kommando Finale aus wenn die Zeit ah sehr nice wenn die Zeit abgelaufen ist sehr gut Schammer ziehe in der Nähe befinde ich in Belohnung zu dir heran weiß ich noch nicht MP hast regenerierer MP um 10% schneller mhm fertig kann kein aufgestapelt werden um die Effekte zu steigern Attraktionsboost erhöhe die Häufigkeit mit der Chance Einblendung während der Attraktion erscheinen die Fertigkeit kann aufgestapelt werden aha wir haben doch noch voll viel über gefühlt alles rein machen ganz im Plus machen wir noch rein Combo rein Combo meine ich Jammer rein Attraktionsboost warum kann ich das nicht rein machen ah jetzt haben wir keine mehr ok ja aber so bin ich eigentlich schon recht zufrieden muss ich sagen Donald Feuerboost könnten wir wenn nicht schlecht eigentlich Peter auch alles nicht schlecht würde ich so lassen Geowidi 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 Käfigkeitszeit Naja das ist gut das lassen wir so ähm dann Einsteigen muss ich nur kurz gucken Magie wir haben nämlich noch wieder noch gar nicht ausgewählt kostet alle übrigen MP Wollte mich verarschen A Kurzbefehl müssen wir kurz mal schauen kurz Kurzbefehl schauen der klassische irgendwo müssen wir noch wieder haben ähm machen wir da wieder würde ich sagen was ist denn wie kommt man denn auf Kurzbefehl B C Keine Ahnung wenn man den anwählt Weiß ich nicht Ego Und juhu Juhu Warum kann ich denn jetzt diese Kackwand hier nicht Kackwand nicht hochlaufen Musstige Lüftung nehmen Ach doch eigentlich Kennsinn oder doch klassische Wand zu hochlaufen Na aber naja Alter was ist denn jetzt hier los Alter was ist denn jetzt hier los Jaaa und dann kommt auch noch Wind dazu Was geil ist wir haben jetzt ja noch Luftkombus sprich wir bleiben wir ewigkeiten wirklich in der Luft Wir müssen Was hat er gerade gesagt Ich hab's Nichts mehr gelesen Ich hab's auch nicht verstanden Akustisch nicht ganz Ja also irgendwie müssen wir hier den Lüfter zerstören oder was Weiß ich ob wir den jetzt zerstört haben damit Ja Könnt ihr auf jeden Fall dran vorbeigehen Ich wollte den Lüfter an die Fresse bekommen Alles gut Hoffentlich Nice Schweicherpunkt Schweicherpunkt heißt immer eigentlich gleich passiert irgendwas Nice Oh Was passiert jetzt Vor allem Wo wäre der andere Gang hingegangen This is Babys and Toddlers Where do you guys think we should start Ich erinnere mich Weiß genau wo wir ran müssen Sorge Didn't you mention music Affirmative Goofy Hmm Alright Why don't we look for things that make noise Sure That's protected from you What do you mean for me What do you mean for me Hey Where are you Toddl I think they really are good guys Well You wouldn't have trusted them otherwise No Don't And I know that your trust is a hard earned treasure Hmm Well For all our sakes Let's hope you're right cowboy I'm willing to give them a chance at least for a little while longer Especially if it means getting Andy and our friends back Agreed Okay Ähm Das auf jeden Fall Boah Ich wollte doch gar nicht da hin Ich wollte doch erstmal den Schienabox auch machen Geil ist aber dass man jetzt Die ganze Zeit hier wirklich in der Luft bleiben kann Ich muss nie wieder den Boden berühren Ich muss nie wieder den Boden berühren Oh, die Uwechle ist ja so kacke Wir hatten schon wieder ein Level up Nice Ähm Sind die dicken viele immer rot geworden kurz bevor die down waren? Eigentlich doch nicht Warum kriegen wir denn jetzt die ganze Zeit Konterschild? Konterschild Konterschild fühle ich gar nicht Den Angriff Lieber Raketemäte Oh, Schienabox aufmachen Mann Ich will doch nur hochkommen da Nein Haben wir jetzt die scheiß Schienabox aufgemacht oder nicht? Keine Ahnung Ist mir auch egal jetzt Aber wie Wie gut die läuft ey Wenn der Angriffsmodus Der war auch nice Ich bin nach vorne geborgt Und let's go Let's go Party Mardi machen So Autofinale haben wir ja eigentlich an Also müsste er jetzt gleich Im Finale reingehen Yes Juhu Kommt schon Leute Kommt schon Pappappappappappappappappappappappappapp Warum haut der jetzt ab? Ob ich den Konter Bonus nicht mitnehmen kann oder was? machten der gegner jetzt ganz hier hinten gar keinen sinn was ist hier drinnen nix wir müssen da hinten in die ecke das weiß ich aber wir machen vorher noch alle andere weg würde ich sagen direkt gegen angriff durchführen kann ich ja wirklich gar nicht steuern eigentlich ganz gut getroffen glaube ich sogar würde ich jetzt behaupten lange plätze auf dem boden rum und wie soll es überhaupt gehen das auf dem boden rutschen kann also rund ist und das schild würde ich noch gerne aktivieren aber ihr seid zu wenig das lohnt mich obwohl dieses komische schwein ja schon echt viel leben hat eine mana oder was auch jetzt kann ich hier nice goofy bomber auch geht's gut wie bomber was machen hier so sachen nix kann ich nicht rein alles gut kann ich auch nix holen oder machen oder tun oder was auch immer hier kann jetzt ein bisschen hochlaufen ok aber hier können wir jetzt das ding spielen auf jeden fall da 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 Ja, aber passiert jetzt auch was? Man wird nicht überzeugt, dass es da funktioniert, ey. Von den hier, oder nicht? Der ist es doch. Ja, die kleine Phase ohne Einspiele hätten sie sich auch sparen können, dass er da hinläuft auch noch. Das war jetzt ja nichts. Oh! 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 Aha! Ah! 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 Korporo! Ham? Ja. Aber während ich im Radio hatte, eine große Hand habe mich genommen und mich in da. Sie müssen Ham nach einem anderen Ort genommen haben. Wir müssen schnell. Warte, Corporal! Du bist nicht bereit für Aktion. Aber Sarge... Deine Tour ist vorbei, Sonn. Und es ist alles gut. Unsere Anliegenheit verletzt werden. Ich werde den Corporal nach einem sichereren Ort. Schönen Glückwunsch. Hey, 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 hey! Was ist passiert? Oh, genau! Woody! Mission complete! Warum nicht... Du sagst mir... ein bisschen schneller! Entschuldigung, es gibt keine Zeit, um zu resten. Ham braucht uns! Auf geht's, Specky befreien! Let's go! Komm hier doch direkt wieder Monster, oder? Oh, ich hätte schwören können. Ja, ist jetzt die Frage. Muss ich jetzt vielleicht woanders hin raus? Oder muss ich ganz normal wieder raus? Bonk! Oh, Luli, wir können hier springen! Wuhu! Was machen wir jetzt Sachen? Oh, was soll das denn? Astronaut machen wir nicht. Hau den Petty so weg! Komm her, Teddy! Komm her, Teddy! Er hat keine Chance, das hätte gegen uns. Kann man schon sagen. Oh, guck mal hier! Warte! Warte! Hörst du was? Ich denke, es kommt von dort! Mal schauen, was da drin ist! Oh! 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 Die Kombination sind gut. Da hast du aber ganz schön rumgeroddelt da drinne. Ich will die Hand mit den Händen! Oh! Ich hasse Puppen! Was ist falsch? Ah! Sie ist zurück! Alter, wie creepy ist sie denn? Ham? Beide! Beide! Ah, füge das! Eine Stunde, das Dredden-Beratmast war genug für mich! Nicht ein anderes besonderes Spiel! Oh! Oh! Wo ist sie hin? Erstmal Konterschild aktivieren! Oh! 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 Papa! Ja! Oh! ich hätte aber gut schauen rein jetzt noch mal den hier tritt aber genau was warum kann er sich denn direkt bewegen wieder wo sie hin die alte er doch eine chance und kann hier sind einfach so account oder hätten wir weg unterschied aktivieren und davon muss man direkt ein rauch weil da ich glaube damit kann den guten angriff ausgewichen wollte voll auf unsere auf ob irgendwas aktiviert rakete auch ja danach haben wir es ja geschafft wo sie hin das ist einfach mal ein bisschen kreis mal gucken ob wir sie überhaupt treffen dadurch ja schafften wir sie ja ich würde ich mal sagen jetzt geht sie wieder die puppe ja die eben war sie schon ein bisschen spooky muss ich sagen was wenn wir end up just like her forgetting ourselves and attacking each other no way buzz that won't happen you guys are too strong you can't be sure what if i get taken over then attack you buzz you're overthinking it yeah yeah the heartless the darkness can only creep in when our hearts falter trust me you'll be fine if you don't lose heart well that's good because i know you buzz you'll never lose heart when it comes to your friends true enough cowboy sorry to have worried you all no problem no problem now let's go find the others huh 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 a flying saucer i think i know who that might lead us to come on guys hey woody i just slow you down with all the loose change i'm carrying i'll hang by the entrance no problem be safe ham hey thanks buddy you just take care of your own self now let's follow that ufo right ja aufs um ufo vor dem ufo müsste erstmal das ufo sehen dafür denn dritte waren wir schon äh erstmal speicherer machen ich weiß fünf stunden fünf haben wir drauf auf der uhr ich weiß gar nicht wie viel ich zum letzten mal hier für die die fahrsie gebraucht habe die dinger sind so geil die dinger sind so geil auch gleich hast du dann wie viel life hat das rum hat nicht viel live glaube ich das gleich schon dauern jawohl das gute ist wir haben so eine gute luft kommen dass wir ihn direkt die ganze zeit hier oben bearbeiten können wo ist er wo ist er hin äh wir müssen nur x spam und bleiben die ganze zeit enden doch schade jetzt ist er weg hier und hier die 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 oder wir gehen einfach mal mit der rakete rin und das ganze wo ist er denn und finale können wir schon direkt machen sollte eigentlich lang es hat nicht gelangt wo sie es verfickte ufo es wird kaum noch leben wo ist das ufo ist das nervig dass es jetzt die ganze zeit abhaut ja dann gibt mir hier so ein ding hier oder jetzt ist es aber wenn doch mal mit der rakete halt los wenn wir es so wollen dann wollen wir es so das ding hier angreifen das stören kommt schon das finale also toll macht den komplett weg bitte langt ja nicht mal ja komm doch einfach jetzt nur die rakete her es hat nicht gelangt er ist jetzt auf der anderen seite wieder auch komm schon das ding ist gleich kaputt das ding ist gleich kaputt ich kenne spielzeug was gleich kaputt geht den haben wir auch besiegt ufi bomber wäre jetzt geil aufs ufo rauf man diese front ansicht ist so behindert bei dem ding sonst würde ich den ja fühlen oder da nur diese komische front ansicht manchmal macht jetzt gut die bombe auf den kommt schon ist das möglich wo ist denn jetzt der müsste er wieder hier irgendwo sein wo ist das ufo hallo es ist noch ein bisschen an leben was das ufo hat es ist so mies die das ufo nicht mal muss ich sagen ja dann nehme ich mir jetzt hier so ein mehr großer da besiegt wo ist das ufo das ist ufo als ob das ufo jetzt so schnell ist die ganze zeit für die einschuss einfach ein scheiß schuss fehlte so sorry i trashed your ride fear not we still have our new home the chamber of andy there right this isn't where we belong we've been in this toy store long enough it's time for us to go home to andy's room Aber Xehanort hat uns gesagt, dass diese Wohnung nicht sogar seine Realität ist. Kannst du prüfen, dass dieses Nonsens ist wahr? Und selbst wenn diese Wohnung von Andi ist falsch, das bedeutet, dass er nicht irgendwo in diesem Welt mit uns ist. Ich gehe nach Hause, um ihn zu warten. Keine Debatte mehr. Du mit mir, Woody? Hm. Du bist richtig, Buzz. Jetzt, dass wir alle bezüglich sind, sollten wir nach der Entrennung treffen und nach Hause gehen. Okay. Wir könnten Freunde wie dich für die letzte Showdown benutzen. Aber Organisation 13 ist unser Problem, D'Soull. Ja, ich denke, aber... Ich bin nicht so sicher über das. Ich bin so sicher? Leute, können wir dich sehen? Das wäre großartig. Wo ist der Eingang? Da ist der. Ich bin direkt zur Exit, würde ich sagen. Direkt der nächste Einspieler wieder, ey. Aber Rex ist nicht da. Ohja. Ich bin der Wettbewerb. Das ist neu. Ich bin der einzige. Ich bin die Töne, die illuministe. Ich bin der Wettbewerb. Er hat das? dass du in die Sora der Videomachricht haben. Er liegt da da an den Videok념. Alsobedien wir wieder aus. Sicher helfen wir euch. Ja, dann gehen wir da jetzt auch direkt hin, würde ich sagen. Wo ist die Videospiel-Session? Und jumpy, wuhu, that's the zoom, und was ist das? Toys, das müsste ja hier dann vielleicht sein, vielleicht ist das der richtige, mal schauen. Das sieht gut aus, oder, sieht es gut aus? Das ist der Dachboden einfach. Da müssten wir eigentlich rein, normalerweise. Und bestimmt wieder einen Einspieler, jawoll. Das sieht gut aus, oder? Das sieht gut aus. Die Kliniken sind ähnlich. Was wissen Sie? Sie sind Videogame Figuren. Siehst du? Ich habe gesagt, Buzz, sie sind Toys, genau wie die resten uns. Well, ich glaube... Donald, ich dachte, dass deine Magik entscheidet, wie ich sehe. Explain. Super, das ist ja gut. Say, Riku würde eine großartige Figur machen. Was du amit? Nein, das ist mir. Ich habe die Schleifte und... So what? All right, everyone. Now that we're back together, it's time to return to Andy's room. Now? But can't I at least check the strategy, guys? I want to know how to beat Bahamas. Next time. Right now, we need to go home. Oh, but you needn't rush off. Sayonard! I have more to observe. I can't let you leave yet. It's us, that you really want. Leave the others out of this. Da hast du nicht mitzureden. Ob wir jetzt gehen oder nicht. You would say that, Champion of Light. Das für Viecher. Let's skip to the final stage. Oh, oh. Come on, Buzz. Quit fooling around. I can't believe it. Buzz has been taken over? What did you do to him? Oh. I thought I made it clear. I am testing the strength of their bonds. In this world, toys have hearts. And those hearts come from a powerful bond. So what happens when those bonds are stretched to their limit? When they are worlds apart, can cloth and plastic hold on to their hearts? All I needed was a wedge to widen the divide. Someone like you to fill them with distrust and doubt. And that chasm you created can be filled with a vast darkness. Witness it for yourself. Ach du Scheiße, das ist eine ganz andere Welt.